Hallo, Freunde der virtuellen Zauberei! Wir sind hier im Braukunstkeller-Zaubertränkeunterricht soll hier stattfinden. Und wir legen auch gleich los, weil ich bin auch gespannt. Und nach dem Intro geht's so richtig los. Bis gleich! So, nun aber ganz schnell hinein ins Abenteuer. Attacke! Power-Tränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takkar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie! Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Wenn Sie den Träumen aufnennen, die da sind dann aus dem Kommentar drin! Wo sind Sie das? Wo sind Sie die Zutaten? Wenn Sie den Träumen in der Tatsache enthalten haben? Wenn Sie die Zutaten zacken, können Sie das? Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Hm, kein einfach zu brauner Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal können oder Glück war. Wegen der Gerüchte über einen Kobold-Aufstand, die meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Professor Schaap sagt, der Mega-Power-Trank heilt Wunden. Hoffentlich brauche ich ihn nie. Professor Schaap hat in seiner Zeit als Auror sicher viel gelernt. Wenn er doch mehr davon reden würde. Hat Professor Schaap gesagt, du hättest die Erlaubnis, ein Büro zu betreten? Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für noch einen Zaubertrank hole. Genial! Du, mein Freund, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Du erinnerst dich doch an mich, Gareth Weasley. Ach ja, aus dem Gemeinschaftsraum. Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauchen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Stift zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau, wie er hofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Schaaps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Eine Fupa-Feder für Weasley. Weasley kann nicht gut leiden, der kriegt seine Feder. Ich bringe dir die Fupa-Feder. Wenn du sicher bist, dass Schaaps sie nicht vermisst? Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. All zu gut. Halten Sie Ihre Tränkestationen organisiert und orientiert. Straßenköderfell. Aha. Oh, da liegt was. 1875 Bei Borgan & Works kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdichtigen Lieferunden zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, dass wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein, zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. Ach, der erschien immer noch. Aurore. So, was ist jetzt die Fupa-Feder? Ach da. Ach, wie goldig. Fupa, will ich auch mal haben. So, haben wir ja alles. Wie vorbereitet sein will, hat stets ein paar Tränke zur Hand. Dann gehen wir mal zu Miesi. Hier ist die Fupa-Feder für dich. Großartig, danke. Das Braun wird eine Weile dauern. Du solltest weiter in deinem Edurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier in deinem Edurus-Trank brauen, ist das hier in deinem Edurus-Trank. Kompetenz und Tränke sind zwei Dinge, die Zeit brauchen. Seien Sie gedundig und gründlich. Äh, das ist der Mega-Power. Der Doris. Machen wir den. Ach, 1 Sekunden braucht der. Rühren, 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 immer rühren. Einmal links und dreimal rechts. Gleich ist der Edurus-Trank fertig. Da kriege ich eine Steinhaut. Und jetzt das Malvenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, so war das denn... Gareth, rühren, rühren. Oh, dieser Geruch. Machen du, was war das? Gut gemacht, Gareth. Da hieß lieber Schock. Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder, Punktabzug für Gryffindor. Was? Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Ach, naja. Rivelio. Ich habe den Edurus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Einen Auro sollte man besser nicht belügen. Tut mir leid, Professor. Ich wollte nur einem Freund helfen. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittene Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Ich nehme das mal als Kompliment an jetzt, was er gesagt hat. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Hm, was spielt er? Wirklich beeindruckend, dass du Professor Scharps Frage zum Megapowertrank beantworten konntest. Oh, du bist der Neuzugang. Ich habe viel von dir gehört. Äh, danke. Ich bin übrigens am Miet. Sehr erfreut. Wirklich. Und ich habe noch nie jemanden auf Anhieb einen so guten Megapowertrank brauen gesehen. Gute Arbeit. Was sag ich da? Ich war erleichtert? Nee. Komm. Professor Scharps schien mir nicht so beeindruckt wie du. Nimm's nicht persönlich. Professor Scharps wäre nicht mal beeindruckt, wenn ein Troll die Märchen von Biedel den Baden rückwärts aufsagen würde. Und zwar ein Koboldogak. Eine faszinierende Sprache. Ich will ja nicht prahlen, aber ich habe mir das Sprechen selbst beigebracht. Bei Merlins Bart. Bei guten Gesprächen verfliegt die Zeit. Ich muss mein Buch Tor zu weit entfernten Galaxien vor der nächsten Stunde zurückbringen. Apropos Sterne. Wir haben Astronomie zusammen. Das wird dir gefallen. Professor Scharps ist streng, aber schlau. Wir sehen uns dann. Oh, ein Streber. So, was habe ich jetzt zu tun? Oh. Aufträge. Professor Aufgabe. Entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle. Ausweichrolle kriege ich am besten hin, wenn ich mich duelliere. Und so. Auf zum Duell. Haben wir hier Neues. Pflanzen. Ach ja, die habe ich ja gefunden. Da, diese Eier. Und da unten, dieses Hundefell. Okay. Dann haben wir da noch was Neues im Inventar. Ich sehe nichts. Oh, jetzt ist es weg. So. Auf zum Duell. Nein, will ich jetzt nicht. Oh, mein Umhang wird noch das ganze restliche Jona-Fairos ins Gerad. Hallo. Wie schön Sie zusehen. Keine Zeit. Ich muss mich duellieren. Es wird für immer wieder Zeit, ein paar Ärsche aufzureißen. Ich weiß nicht genau, ob der Schuh landet. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lange... Ach Mensch, immer komme ich da vorbei und kann dir nicht helfen. Arme Sau. Tut mir leid. Wenn ich mal dran denke und kein Auftrag am Laufen hat, dann bleib ich mal bei dir stehen. Aber auch nur dann, wenn ich dich wieder finde in diesem riesigen Schloss. Ich bin gespannt, wann ich einen Zauber kriege, wo ich Schlösser aufkriege. Ich bin gespannt, wann ich einen Zauber kriege, wo ich Schlösser aufkriege. Ich bin gespannt, wann ich mich hierher... Oh, da war irgendwas. Ich hab was gesehen, ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Richtig sich. Lachla an der Schlagze. Und dich kriege ich auch irgendwann auf. Und dich kriege ich auch irgendwann auf. Oh, lass ich mal was schauen. Künstiger Champion im Anmarsch. Hallo Luke. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Finale. Oho. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Jawoll. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Oh, Natzai. Sebastian. Natzai natürlich. Komm. Hm. Ja. Nati. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Wieder drei. Super. Also sogar vier diesmal. Ja, hast du. Was ist denn das für ne Ungerechtigkeit hier? Äh. Durch Brichschilde mit Schadenszaubern. Okay. Okay. Protego. Con Fringo. Oh. Yeah. Protego. Medioso. Ach, das etwa alles? Blink. Ah. Con Fringo. Medioso. 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 Da geht das nicht. Ah, jetzt. Oh. Scheiße, hab ich aufgepasst. Ich hätte ein Heil dran geben müssen. Oh. Haha. In dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Ja, klar. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Äh. Es sind ja auch 4 gegen 2. Nicht gerade. Sehr gerecht hier. Ach. Schon wieder zu spät. Ich bin bereit. Viel Glück da draußen. Ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. So, wartet mal. Was habe ich denn noch? Ich brauche das hier. Brauche ich schon mal gar nicht. Aber ich habe nichts anderes. Wo Schaden macht. Unsichtbar bringt mir nichts. Der bringt mir gar nichts. Den habe ich schon im Set. Den habe ich im Set. Ne. Muss mit dem klarkommen, was ich habe. Muss bloß aufpassen. Boat. Biaozi. Biaozi. Ajo. H�AP. Ajo. PETA Hah. Hör Tera. Ah! Spät gehübft! Ah! Was ist das? Was ist noch der da? Haben wir es? Haben wir es? Rebellion Ach der zappelt noch Nein, das sind doch! Ich will doch meine Rolle machen hier! Ob, schieß auf mich! Ach, dann halt nicht! Das Spiel ist kaputt, glaube ich! Das Spiel ist kaputt! Trinkbar schluss, König! Klasse! Oh, da war es aber eine Handel! Vielleicht auch irgendwann mal mit! Ah, ich hätte auch noch die Kürbisse gehabt! Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Äh, ich bin noch nicht fertig. Nö, ich bin noch nicht fertig. Das war noch gar nichts. Ich fange gerade erst an. Wenn die besten Duellanten der Schule nicht gut genug waren, solltest du vielleicht überlegen, nach Durmstrang zu wechseln. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohl verdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, lende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht? Ich habe mich lange nicht gekümmert. Ja, auch erledigt. Na, was sagt ihr jetzt? Danke. Und was sagst du? Haben wir jetzt das andere auch geschafft? Nee, drei haben wir noch gefehlt. Ausweichen. Verdammte Axt, Mensch. Ach, ärgert mich das jetzt. Gewandtes Duellanten. Na ja. Was haben wir da oben? Dü, 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 dü. Da haben wir was. Ach, das war der Typ von vorhin. So, dann müssen wir doch zum nächsten Auftrag übergehen. Das Mädchen aus Ukuduku. Oh, da habe ich noch keinen Wegpunkt hin. Die müssen wir hinlatschen. So schnell die Füße tragen. Dü, 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 dü im Sause-Schritt. Oh Gott, ich habe ein Tier. Revealium! Der sieht aus wie Hagrid's Hitte. Also später mal, wenn er lebt. Wenn er da ist. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Gefährlich? Warum gefährlich? Da ist doch nichts. Angst habe. Oh mein Gott, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich fasse es ja nicht her. Es tut so gut, dich zu sehen. Noch drei Minuten. Da brauche ich keinen neuen Auftrag anfangen. Ärgert mich das wieder. Die Zeit verfliegt in Hogwarts. Das ist abartig. Ich muss aber schon wieder speichern, Freunde. Es tut mir furchtbar leid. Es tut so gut, dich zu sehen. Ja, ich weiß. Hast du schon mal gesagt. Ich hoffe, für euch ist die Zeit genauso schnell verrannt wie bei mir. Wenn ja, dann guckt doch morgen wieder rein. Denn da geht's weiter. Hier an dieser Stelle. Und bis dahin sag ich wie immer. Ciao, ciao. Es tut so gut, dich zu sehen. Euer Obi. Ich bin marting noch drin. Aber wenn ja, dann guckt doch noch hin.